Einen wunderschönen guten Morgen, Mittag oder Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und ein herzliches Willkommen zum mittlerweile vierten Kronberg-Cast. Tatsächlich, es freut mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt, ob auf YouTube mit Bild, auf Spotify, auf Google Podcast oder auf Amazon Music. Das sind nämlich die Plattformen, auf denen ich vertreten bin. Ganz schamlose Eigenwerbung. Gleich zu Beginn, dann haben wir das auch erledigt. Die Links, die wichtigsten, die findet ihr unten in der Videobeschreibung oder in der Folgenbeschreibung. Ihr kennt das Spiel. So, um was geht es eigentlich heute? Dem Titel wird man es bereits entnehmen können. Es geht um Mandalorian Staffel 3, Folge 2, meine Damen und Herren. Aber bevor wir da reingehen, was ging eigentlich so die Woche bei mir? Was ging seit der letzten Folge? Es ist quasi eine Woche ungefähr, glaube ich. Überraschend wenig. Ich habe einerseits Hogwarts Legacy logischerweise weitergespielt. Und dann, die größten Sachen waren eigentlich nur, dass ich The Last of Us, die letzte Folge der ersten Staffel eben gesehen habe, das Staffelfinale. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das war eine super Folge. Das war eine grundaufstubile Folge. Die hat mir sehr gut gefallen. Und obwohl ich die Geschichte schon kannte, hat mich die trotzdem abgeholt. Und ich bin ja trotzdem der Meinung, dass Folge 8 für mich am emotionalsten war und die mich auch lange Zeit noch so berührt hat, dass ich sage, die schaue ich noch ein zweites Mal. Weil die einfach super war. Und ich habe dann am gleichen Tag sogar noch angefangen, das Spiel zu spielen. Das Last of Us Part 1 für die Playstation 5. Und ich bin jetzt bei ungefähr da, wo die Serie bei Folge 3 anfängt. Oder bei Folge 3 geht es quasi zu... Ist er Derek? Heißt er Derek? Ich habe es nicht mit Namen. Ihr wisst es, ich habe es nicht mit Namen. Und mir ist auch schon aufgefallen, ich habe in der letzten Folge ganz kurz mal Bullshit erzählt, nämlich. Aber kommen wir später noch zu. Wenn wir dann in die vorigen Besprechungen reingehen. Ne, ich komme auf jeden Fall zu... Also wo wir jetzt in der Serie wären, da wären wir bei Folge 3. Da war ich jetzt. Also da bin ich jetzt im Spiel. Ich habe quasi Boston überstanden. Und was ich bisher am Interessantesten am Spiel fand, ist, dass die Dynamik zwischen Joel und Ellie ja ganz anders ist eigentlich als in der Serie. Aber ich habe es ja schon in der letzten Folge angedroht. Ich werde ja einen eigenen Cast zur Serie machen. Und vielleicht ziehe ich auch ein paar Vergleiche zum Spiel. Weil mir ist auch wichtig zu sagen, dass du die zwei Produkte an sich nicht miteinander vergleichen solltest. Weil das sind zwei verschiedene Medien. Und du kannst nicht ein Spiel eins zu eins auf ein TV-Bildschirm bringen. Das funktioniert einfach nicht. Aber dennoch möchte ich es erwähnen, der Vorständigkeit. Aber was soll er sich denn da draußen irgendwelche Leute geben, die entweder nur eins von beiden kennen? Ja, so viel dazu. Ansonsten gab es nicht viel. Ich habe gesehen, ich habe einen tollen Trailer gesehen zu Cocaine Bear. Den werde ich mir ganz sicher anschauen. Da werde ich auch ganz bestimmt einen Cast drüber machen. Der ist nämlich so wacky. Also Cocaine Bear. Es geht quasi um einen Grizzly Bear, der ganz viel Kokain irgendwie bekommt. Und der dann Leute angreift. Soll scheinbar relativ blutig sein. Wobei da auch, ja, der eine findet es blutig. Der andere findet es eher unfreiwillig komisch. Aber ich schaue es mir dennoch an. Es wirkt ein bisschen trashy und auch ziemlich wacky. Und deshalb möchte ich darüber auch sicher sprechen dann. Und sonst gibt es eigentlich nicht so viel. Also ich habe, außer Hogwarts Legacy, habe ich jetzt nicht so viel Tage gesehen. Weil ich habe auch verpasst sehr viele gute Filme, die ich mir anschauen möchte. Die ich aber auch nachholen möchte. Was ich auch noch schauen möchte, ist The Consultant. Ich glaube, der heißt The Consultant mit Christoph Weitz in der Hauptrolle. Der wurde mir von meiner Mutter sogar empfohlen, diese Serie. Die läuft bei Amazon Prime aktuell. Die werde ich mir auf jeden Fall anschauen. Und sonst habe ich eben heute The Mandalorian gesehen. Und ich würde sagen, wir gehen direkt rein in die Folge. Ob was geht das eigentlich? Also Folgentitel, The Minds of Mandalore. Also die Minen von Mandalore. Oder sind es The Waters of Mandalore? Jetzt bin ich mir selber nicht sicher. Es sind die Minds of Mandalore. Also Chapter 18, The Minds of Mandalore. Wobei man könnte eigentlich sagen, die Folge heißt Grogu to the Rescue. Weil man muss ja sagen, ohne mal auf den Inhalt einzugehen. Erstmal vollkommener Spoiler-Talk. Okay, das ist schon mal vorausgesetzt. Die Folge hatte so mit am meisten Grogu's Screentime von allen Mandalorian-Folgen bisher, glaube ich. Und das ist was Gutes. Weil ich mag den. Ich mag Grogu richtig gern. Der holt mich richtig ab. Der ist super süß. Und der fängt jetzt auch an zu reden. Das hat mich richtig abgeholt. Weißt du, ich mag eigentlich keine Kinder. Aber irgendwie holt mich der ab. Keine Ahnung. Ich glaube, Grogu ist auch so ein Ding, da kann sich, glaube ich, das ganze Interest darauf einigen, dass der süß ist. Ich glaube, ich habe noch nie jemanden gehört, der gesagt hat, Mandalorian, super scheiße, weil Grogu drin vorkommt. Habe ich zumindest noch nicht gehört, soll es sicher geben, sowas. Aber kurz zusammengefasst, um was geht's? Wir gehen quasi direkt weiter von der ersten Folge und Mandu fliegt mit seinem M-Bone Starfighter und Grogu im Gepäck nach Tatooine zu seiner Schrotthändlerin. Ist es die Schrotthändlerin? Ich habe hier gerade das Wikipedia nebenbei noch offen. Aber ich habe hier keinen Namen tatsächlich. Doch, hier haben wir einen Namen. Pili Motto heißt sie. Ich habe auch nie gewusst, dass sie einen Namen hat. Das ist auf jeden Fall, für mich ist sie seine Schrottsammlerin. Denn jedes Mal, wenn er irgendwie zu ihr kommt, habe ich so das Gefühl, er kriegt was anderes und ist eigentlich nicht zufrieden mit seiner Wahl. So auch hier, denn er sucht nämlich nach dem Memory-Chip von dem Druiden aus der ersten Folge, der IG-11-Druide. Das ist es, glaube ich, genau. Und er kommt zu einer sehr ungünstigen Zeit, weil auf Tatooine herrscht aktuell Bunta Eve. Wer es nicht kennt, Bunta Eve ist der große Feiertag auf Tatooine, in der auch das Pottrennen stattfindet. Und das Bunta Eve-Pottrennen, das mit eines der besten Teile aus Episode 1 war, das und vielleicht der Kampf gegen Darth Maul, das waren so die einzig guten Dinge an Episode 1. Ich muss aber sagen, das Pottrennen war tatsächlich stabil. Viele machen sich über Episode 1 lustig und man kann von Episode 1, 2 und 3 halten, was man möchte. Das Pottrennen war scheiße stabil. Kann man nicht sagen. So, auf jeden Fall, er kommt am Bunta Eve-Tag nach Tatooine und möchte eben diesen Memory-Chip haben. Die Jawas sagen gleich, nope, das wird nichts. Und Paley bietet ihm dann einen Astromech-Druiden an und zwar R5. Den kennt man auch schon aus der Original-Trilogie, zumindest bin ich der Meinung, dass ich ihn schon mal gesehen habe. Der Astromech-Druiden R5 ist aber sehr ängstlich und er hat eigentlich gar keinen Bock, mit Mando auf Mandalore zu gehen, denn er braucht diesen Druiden eigentlich nur für eine Sache, um zu checken, ob die Atmosphäre habitabel ist. Das war ein schönes Fremdwort, gerade bin ich selber ein bisschen stolz auf mich. Und zuerst will ich da nicht so ein, weil Mando auch selber sagt, er hat keinen Platz für den Druiden auf seinem M1-Starfighter, dieser Naboo-Starfighter, dieser Silber nimmt. Und da ist mir eins aufgefallen, wenn er schon keinen Platz für den Astromech-Druiden hat, wie hätte er denn IG-11 transportiert? Jetzt nur mal so, weil der Astromech-Druide ist ja wesentlich kleiner und kompakter als der IG-Druide. Aber, ja, nennen wir es einfach mal, brauchen wir nicht drüber nachdenken, weil kommt sowieso nicht vor. Ich nehme mal kurz einen Schluck, kleinen Moment. So. Gesagt, getan, die drei, also Mando, Grogu und R5 setzen Kurs nach Mandalore. Sie fliegen dorthin und kriegen erstmal einen Megasturm, zieht über sie rein, während sie in die Atmosphäre eintragen. Das war auch ein richtig geiler Shot. Das muss ich sagen, das war ein richtig cooler Shot, wo die von dieser Wolkendecke, von dieser regnerischen Wolkendecke in die Atmosphäre von Mandalore so richtig eintauchen. Und du diese Wolkendecke aufgehen siehst und diesen Planeten, der auch von der Sonne bestrahlt wird, diese dunklen Steine, die du auf einmal siehst, vom Boden auftreten. Und das Schiff, wie es so leicht anfängt, so ein durchgehender Shot, das war richtig nice. Hat mir richtig gut gefallen. Und da ist mir auch aufgefallen, dass ich eben letztens Bullshit erzählt habe, denn ich habe gedacht, ob Jango Fett nicht in Episode 2 auf Mandalore war. Das stimmt aber nicht, weil als dieser Regen nämlich kam, in diesem Wolkensturm, ist mir nicht aufgefallen, der Planet hieß Kamino. Und das waren ja die Kaminoaner, die die Klonarmee nämlich für die Republik damals gebaut haben. Gebaut ist, glaube ich, das falsche Wort. Ich glaube, herangezüchtet, weil es ja trotzdem irgendwo menschliche Leben gewesen waren. Aber wurscht. Auf jeden Fall, sie kommen nach Mandalore und R5 checkt die Atmosphäre. Mando und Grogu warten im Cockpit. Und auf einmal, die schauen ihn so auf so einem Radar an und auf einmal verschwindet R5. Mando denkt sich, ach, der kommt schon wieder zurück. Grogu sagt aber mit seiner quiekenden Stimme irgendwie, nee, geh mal nachschauen, Bruder. Und Mando geht dann eben nachschauen. Das ist eine längere Sequenz, wo sie dann ein paar, ich nenne es jetzt mal Goblins abwehren. Und die sehen übrigens richtig gut aus. Das habe ich mir auch gedacht am Ende der Folge. Die sehen aus wie so ein 80s Dark Fantasy Film. Ich weiß, ich habe das Wort 80s Dark Fantasy Film schon sehr oft benutzt auf diesem Kanal. Und zwar nicht im Podcast selbst, aber wer mein Video zu Mid-Journey gesehen hat. Wo ich vielleicht auch eine Fortsetzung plane. Nicht mit dem Scream-Franchise, aber so mit Mid-Journey. Entschuldigung. Haben nochmal kurz getrunken. Der wird auch wissen, dass ich schon sehr oft das Wort 80s Dark Fantasy benutzt habe. Und ohne Scheiß, diese Kostüme, diese Gummikostüme von diesen Goblins, die heißen auch anders. Ist auch wurscht. Die sehen legit aus wie so Kobolde aus einem 80s Fantasy Film. Also gar nicht mal billig gemacht, aber die hatten so einen Charme an sich. Auf jeden Fall, Mando bekämpft die dann. Der ist überhaupt nicht versiert mit einem Dark Saber, aber die Folge hat mich schon abgeholt, weil es gab Dark Saber Action. Glaubt später auch nochmal. Viel cooler. Aber dennoch. Hat mich schon mal abgeholt. So, die gehen dann eben Richtung Minen, gehen die Stadt darunter, also die fliegen dann so lässig darunter und kommen zu den Minen. Mando wird dann aber von so einem Minenroboter irgendwie eingefangen und der wird dann mitgenommen. Grogu beobachtet das Ganze. Also Grogu ist generell immer im Zentrum irgendwie von dieser Folge. Also die Kamera hat oft den Fokus auf ihm so und wie er auf Sachen reagiert. Deshalb meine ich ja, der hat so mit am meisten Screentime in dieser Folge bekommen. Aber, also Mando wird eben gefangen genommen und von diesem Minenroboter. Und hat Droiden. Man darf ja im Star Wars Universum eigentlich nicht Roboter sagen, sondern muss Droide sagen. Und Mando schickt dann eben Grogu los und sagt, hol Bokatan. Ja, Bokatan wird das Ganze retten. Die schafft das. Hol die einfach. Und gesagt getan, Grogu schafft das sogar. Der nimmt hier R5 noch mit und zeigt, wohin fliegen muss. Weil Astro ist natürlich gut, ist auch schon irgendwo Plotconvenience, dass natürlich ein Astro-Mectroide da war, der auch das Schiff natürlich steuern kann, gell. Aber sei es drum. Bokatan fliegt dann eben mit Grogu und R5 wieder zurück nach Mandalore. Und zwar mit diesem Deathwatch-Schiff, was man auch schon als Clone Wars kennt. Und wir bekommen dann eben eine längere Einstellung, wo die durch Mandalore durchgehen. Und Bokatan erzählt auch irgendwie, sie kannte auch damals schon Jedi. Und die Mandalorianer und die Jedis waren auch nicht immer so verfeindet, wie sie es heute sind. Etc. Das ist natürlich auch Fanservice für jemanden, der Clone Wars gesehen hat. Brauchen wir drüber reden. Weil ganz bloß in der letzten Staffel war ja Mandalore so Dreh- und Angelpunkt der kompletten Geschichte. Die Mandalorianer, die waren schon immer krasse Krieger. Und als Clone Wars-Fan, wenn du gesehen hast, wie Mandalore damals aussah und wie Mandalore jetzt aussieht, das war halt schon cool. Auch das erste Mal Mandalore in Live-Action zu sehen. Das hat mich auch schon mal abgeholt. Aber die finden dann eben Mando. Und es gibt dann auch ein kleines Gefecht mit so einem zweiten Druin. Weil dieser große Minendruide hat noch so einen kleineren in sich drin gehabt. Also im Rücken kam der dann raus. Und ich muss sagen, mir sind da zwei Sachen aufgefahren. Einerseits hat der so ein bisschen was von den, nicht Druidika sind es nicht, aber diese Kugeldruiden aus Star Wars Episode 3, so Prequel-Zeit hat, wegen den Augen. Die haben diese gleichen, oder ich glaube Botcher-Druiden nennen die, genau. Und dann ist mir aufgefallen, dieser andere, der aus dem Rücken rauskam, der hat was von General Grievous. Und die haben auch beide humanoide Augen gehabt. Also vielleicht sind das auch gar keine Druiden, sondern mehr so eine Cyborg-Kombo. So wie das bei General Grievous eben der Fall war. Aber das weiß ich eben nicht. Ich müsste mich nachlesen. Ich gehe hier nämlich nur gerade, ich scrolle so den Wikipedia-Artikel auf und ab. Und auf jeden Fall haben die dann einen Kampf. Also Bo-Katan und diese zwei Druiden eben. Und man muss sagen, diese Choreografie mit dem Darksaber und mit diesem Schild, den sie auf dem Arm quasi als Laserschild hat. Das hat richtig geil ausgesehen. Generell ist es ja so, dass Mandalorianer, wie schon gesagt, eben super krasse Krieger waren damals. Die sind quasi die Spartaner des Star-Wars-Universums gewesen. Auch wegen dieser Brüderlichkeit. Der Vergleich passt sogar irgendwo. Und ich muss sagen, also Bo-Katan mit diesem Darksaber und mit diesem Schild zu sehen, wie die die abgewehrt hat, das war richtig cool. Das hat mich richtig abgeholt. Ich bin hier richtig, fast als ich die schon unruhig gesessen bin. Ohne Scheiß. Und Mando wird dann eben von, weil die haben Mando in so einem Käfig eingesperrt, nämlich in so einem, ja so zum Rösten irgendwie, so einen super engen Käfig. Und also Bo-Katan zieht ihn dann eben raus und die essen dann kurz was. So eine Suppe, die eigentlich jeder Mandalorianer kennen sollte. Er kennt sie natürlich wieder nicht. Und dann bietet Bo-Katan Mando an, ihn zurückzubringen. Also zurück zum Schiff, etc. Mando sieht das aber überhaupt nicht. Er sieht sich eher darin, wieder zurückzugehen. Weil er möchte ja seine Sünden quasi büßen und möchte wieder seinen Schwur ableisten und wieder ein richtiger Mandalorianer werden. Und sie gehen dann auch tatsächlich in die Minen von Mandalore. Und ich fand ja den Kontrast so schön, also wenn man mal Bo-Katan und Mando so gegenüberstellt. Also eigentlich ist es ja so, wie Mando ist ja ein fanatischer Christ und Bo-Katan ist ja eigentlich eine Atheistin. In diesem Kontext von Mandalorianer und ihr Schwur und das Mandalorianer tragen nur ihre Helme und die nehmen ihre Helme nicht ab. Also eigentlich sind sie ja das komplette Gegenteil. Und ich fand es auch irgendwie so schön, diese Kommentare von ihr eben, ja du glaubst ja auch an diese Children's Stories und so. Und man merkt einfach so, dass sie ihn ja schon fast etwas belächelt, aber es auch irgendwie traurig findet, dass er an diese Mandalorianische Schwüre glaubt. Wie dem auch sei, sie gehen dann eben in die Minen von Mandalore rein und in die lebenden Gewässer von Mandalore. Das sah auch alles ziemlich, also ich muss ja sagen, Mandalore sah generell cool aus. Das ist natürlich alles aus, kommt natürlich alles aus dem Rechner, brauchen wir drüber reden, aber das sah richtig gut aus. Du hast kein Gefühl wie bei Ant-Man and the Wasp-Quantomania, wo das alles irgendwie so aussah wie Spy Kids damals aus dem Jahr 2004, und das sah richtig gut aus. Das muss ich wirklich sagen, also Spezialeffekte hat Mandalorian bisher immer richtig gut gemacht. Das kann man wirklich sagen. Auch wegen dieser Stagecraft-Technologie, die sie benutzt haben. Für die, die es nicht wissen, Stagecraft, das ist so eine neue Art und Weise, Greenscreens zu ersetzen. Denn essentiell hast du eine Leinwand aus ganz, ganz vielen kleinen LEDs, die du dann mit einem Hintergrund projizieren kannst. Und du hast eben die Probleme mit dem Greenscreen nicht mehr, dass du quasi die fehlenden Reflektionen hast oder sowas, weil eben diese Leinwand ja reflektiert. Und das ist ziemlich cool. Das haben sie eben bei Mandalorian-Show von Anfang an eingesetzt. Das ist eine ganz neue Technik, die Lucasfilm da entwickelt hat. Und ich glaube, dass die auch während der kompletten Show benutzt wird, so von Staffel 1 bis 3 und weiter geht's dann. Und das haben sie auch in 1899 das erste Mal benutzt. Das haben sie in den Bavaria-Filmstudios nämlich aufgebaut. Da war die Seefahrt, also der See, oder das Meer eigentlich, war da auch so eine Stagecraft. Und das sah richtig gut aus. Aber Mandalore sah eben auch super aus. Und sie gehen dann eben in die Minen von Mandalore rein. und Bokatan liest dann eben so eine Inschrift auf so einer Statue da auf. Und ja, sie erklärt quasi die Geschichte von Mandalore dem Großen. Also jetzt wird es langsam verwirrend, ich weiß. Aber Mandalore der Große war der Gründer von Mandalore quasi. Und gehört auch zum Hause Mandalore. Kommt vom Planeten Mandalore. Also ihr merkt, und alle seine Anhänger sind Mandalorianer. Ihr wisst. Und sie erklärt quasi diese Geschichte von diesem Mythosaurus. Oder Mythosar im Englischen. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt richtig ausgesprochen habe. Bin ich ganz ehrlich mit euch. Mendo zieht sich dann eben seine Rüstung. Legt dann Teile davon ab. Er zieht sich jetzt nicht aus. So ist es nicht. Und will dann eben in dieses Gewässer reingehen. Geht da ein paar Schritte rein. Und leistet dann eben seinen Schwur ab. Und erzählt hier, Ich lebe nach dem Creed oder sowas. Ich habe es jetzt nicht mehr in Erinnerung. Die Folge ist, glaube ich, 10 Minuten her. Die Folge ist 10 Minuten her. Zwischen Abspann und Aufnahme-Play vom Podcast. Und ich weiß es jetzt schon nicht mehr. Ist auch wurscht. Und ich habe so das Gefühl gehabt, als Mendo diesen Schwur abgeleistet hat und die Kamera so auf Bokatan zugegangen ist. Ich habe so das Gefühl gehabt, okay, die wird jetzt auch ihren Schwur ableisten. Und die werden jetzt hier gemeinsam so ihren Schwur ableisten. Und die werden jetzt hier beide wieder Helme tragen. Wobei Mendo auch seitdem her einen Helm getragen hat. Naja, den wir ja nur einmal abgenommen. Bokatan trägt ja auch keinen Helm. Deshalb auch wieder dieser Vergleich zwischen Christ und Atheist. Und es kommt, wie es kommen musste. So wie wir es auch damals in Episode 4 im Müllschacht gesehen haben. Mendo wird runtergezogen. In dieses Gewässer. Und da hat es ja sofort, also Bokatan springt natürlich sofort hinterher mit ihrem Jetpack und fliegt da runter. Und ich muss ja sagen, das ist vielleicht jetzt super dumm. Ich nehme mal einen kurzen Schluck. So, Verzeihung. Das ist vielleicht jetzt super dumm. Aber ich habe extreme Angst vor Gewässern, wo ich nicht den Boden sehe. Und diese Szene, wo der da runtergesaugt wird und die danach hechtet, die hat da richtig meine Ängste getriggert. Oh, der Scheiß. Ich weiß nicht, warum. Das ist so eine grundlegende Angst von mir irgendwie, dass irgendwas in einem Gewässer drin ist, was mich töten möchte, wo ich nicht den Boden sehen kann. Foreshadowing? Vielleicht. Ich habe auch die Folge schon gesehen. Und zwar, Bokatan taucht dann eben nach mit ihrem Jetpack. Ich bin ja generell überrascht, wie viel hier Treibstoff diese Jetpacks eigentlich haben. Aber sei es drum. Und sie findet ihn dann und die tauchen dann eben, also sie holt ihn dann raus mit dem Jetpack auch wieder und sie tauchen auf und sie sehen so, in diesem, weil die haben Taschenlampen auf ihren Helden drauf. und die sehen mit diesem schimmerigen Licht, in diesem dunklen Gewässer, eben den Mythosaurus oder Mythazar. Ich weiß nicht, ich sage einfach Mythosaurus drauf. Das ist ja, also der Mythosaurus ist ja auch das Wappen der Mandalorianer, dieser Totenkopf mit den zwei Hörnern auf der Seite oder die zwei Zehen wie von so einem Wildschwein. Das ist ja auch das Wappen der Mandalorianer, weil Mandalore, der Große, hat einen Mythosaurus nämlich in den lebenden Gewässern von Mandalore zur Strecke gebracht. Und deshalb nennt man ihn auch Mandalore, den Großen. Das ist auch das gleiche Tier, was damals Boba Fett im Star Wars Holiday Special geritten hat. Fun Fact, wissen die wenigsten, ist aber so. Auf jeden Fall tauchen die dann auf, der macht auch nichts, der schaut ihn nur böse an. Das hat man auch super gemacht. Also ich liebe das zu sehen, wie ängstlich ich auch bei sowas bin. Ich liebe es zu sehen, irgendwie so riesige Kreaturen in dem Wasser. Ich weiß nicht, das holt mich mega ab und das hat mich auch wieder mega abgeholt. Und die tauchen dann eben auf und sind dann eben total erschifft, atmen aus und dann ist Folge aus. Aber ich habe gedacht, nein, ich will wissen, wie es weitergeht. So, das ist jetzt mal ganz kurz mein Resümee oder meine Zusammenfassung dieser Folge gewesen. Mein Resümee kommt ja jetzt erst. So, was sind meine Highlights? Also generell muss ich sagen, das ist natürlich jetzt super leicht für mich zu sagen, aber das ist meine Lieblingsfolge dieser Staffel bisher. Gab auch erst zwei, Fun Fact. Und mir hat diese gut gefallen. Einmal, weil GroKo halt super viel Screentime bekommen hat. Das war jetzt aber, ja, das war mein zweitliebstes Ding mit dieser Folge. Das Beste fand ich wirklich, Brokotan mit Schwert und Schild. Das war richtig geil. Das war richtig badass. Das hat mich richtig gefühlt. Dann auch noch diese Lore, die du quasi präsentiert bekommst auf Mandalore eben mit der ganzen Stadt und diese Minen. Und das, was mich halt auch super abgeholt hat, war halt der Mythosaurus. Dieses riesige, fast unrealistisch riesige Wesen im Wasser mit diesem schummrigen Licht von der Taschenlampe von dem Helm, wo du einfach nur so einen kleinen Teil dieses riesigen Monsters siehst. Das war super geil. Das war richtig, richtig gut. Und das ist absolut, das hat perfekt gepasst. Wirklich. Ich bin gespannt. Ich bin wirklich gespannt. Es ist auch heute schon die nächste Folge rausgekommen, Kapitel 19 und ich glaube, die werde ich jetzt gleich im Anschluss schauen. Hilft nichts. Ich muss sagen, ich bin persönlich, bin ich ja sehr überrascht, dass es ja eigentlich so schnell nach Mandalore ging. Das hat mich ja eigentlich mit am meisten überrascht, weil ich habe jetzt gedacht, dass das jetzt so ein Ding wird mit, ja Mann, du musst jetzt erstmal über zwei, drei Folgen diesen Memory-Chip suchen und dann finden und dann muss er erst IG-11 reparieren und dann geht es erst bei Folge 6 oder so nach Mandalore. Das habe ich mir jetzt gedacht, dass wir in den ersten 20 Minuten schon auf Mandalore sind, das hat mich positiv überrascht, bin ich ganz ehrlich. Das hat quasi meine Theorie dieser Hauptquest, ja, die erfüllt werden muss, eigentlich zunichte gemacht, was ich aber auch gut finde, ja, weil ich möchte so Geschichten nicht rauszögern unnötig und einfach, weil, wenn wir mal ehrlich sind, so eine Episode, wo jetzt Mando jetzt über zwei, drei Folgen diesen Memory-Chip sucht und vielleicht noch ein paar, so ein paar Mini-Abenteuer daneben hat, sowas Episodisches halt. Das ist nicht gut, ich fühle das nicht. Ich fühle das, ich habe das Gefühl bei Star Trek damals, da hat das gepasst, weil es auch eine andere Zeit war. Aber bei Mandalorian, da willst du halt einfach einen schönen Guss haben. Das soll einfach wie ein langer Film sein. Und das habe ich, das habe ich gefühlt, dass das auch nicht so ein Ding wurde mit, wir werden jetzt über, über zwei, drei Folgen erstmal eine Nebenquest machen, vielleicht gibt es auch noch ein Gefängnisausbruch oder sowas und dann geht es erst nach Mandalorian. Das hat mich positiv überrascht, wie gesagt. Und das Beste an der Folge war halt Boca-Tan mit Schwert und Schild und halt Grogu. Also Grogu ist halt generell super süß, kann man nicht sagen. Und das war es, meine Damen und Herren, das war es auch schon wieder. Wieder ein kurzer Cast, aber macht nichts. Ich bin kurz ans Mikro vorhin gekommen, ich hoffe, man hat es nicht gehört. Wir haben einen 24-Minuten-Cast, das ist ganz solide, muss ich sagen, besser als die 15 Minuten. Ich bin stolz auf mich, ich hoffe ihr auch. Lasst mir bitte eure Kommentare zu The Mandalorian wissen, oder eure Gedanken zur Serie und auch zur Folge wissen. Verbesserungsvorschläge bitte immer in die Kommentare oder auf Twitter mich anschreiben oder irgendwie, ihr findet meine ganzen Social Medias entweder auf Anchor oder in der Videobeschreibung vom YouTube-Video selber. Und ansonsten, meine Damen und Herren, war es das für heute. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen, Mittag oder Abend. Passt auf euch auf, haltet die Ohren steif und gebt euch mit netten Menschen und ich sage Tschüss.